haus leute was geht und willkommen bei einem neuen video es heißt zu einem neuen video bei einem neuen video und jetzt raus hier und ja leute was ich sagen wollte ist viele haben wahrscheinlich bemerkt dass ich in letzter zeit so unaktiv bin und ja leute das liegt daran da ich gerade an einem sehr sehr großen projekt arbeite und leute ich mache gerade mein neues musikvideo fertig ja ich mache das extra weil es mir spaß macht und ganz ehrlich ich finde das ist gar nicht mal so schlecht geworden ihr könnt euch da echt auf etwas freuen leute und ja man ich kann euch das mal kurz abspielen wenn ihr bock habt und leute ich arbeite auch gerade an meinem märz jetzt leute hört euch das machen ja das reicht auch auf jeden fall leute wird der song die nächsten zwei in den nächsten zwei wochen oder so kommen und mein auge juckt nein spaß und auf jeden fall leute wird dann halt auch mein märz endlich kommen ja leute mein märz kommt dieses jahr noch raus und zwar kann ich euch das noch nicht so genau sagen aber leute ende diesem monat oder anfang nächsten monat sollte es da sein leute deswegen checkt auch mal mein märz seite auf instagram ab leute geht mal was war das denn oh mein gott leute sorry dafür link ist unten in der video beschreibung von meiner märz seite und checkt das doch mal ab leute und wie gesagt nehmt spaß leute auf jeden fall ist letzter zeit wirklich nicht sehr aktiv gewesen aber das wird sich ändern leute sobald ich diese projekte hinter mir habe sobald ich das alles fertig habe leute werde ich dann versuchen jeden tag ein video raus zu hauen und leute ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video wieder und ich hoffe leute ihr habt ein bisschen verständnis dafür und lasst doch mal einen daumen nach oben da freunde und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten video wieder macht's gut und haut rein